Diagnose, Hautkrebs Die Diagnose Hautkrebs zu erhalten ist im ersten Moment ein Schock. Plötzlich muss man sich mit einer ernsthaften Erkrankung auseinandersetzen, die das Leben schlagartig verändern kann. Als ersten diagnostischen Schritt wird Ihr Arzt die Haul genau untersuchen, meist kann dabei schon eine ziemlich genaue Verdachtsdiagnose geäußert werden. Als ersten diagnostischen Schritt wird Ihr Arzt die Haul genau untersuchen, meist kann dabei schon eine ziemlich genaue Verdachtsdiagnose geäußert werden. JBC Prozessstück, neue, unbekannte Dinge kommen auf Sie zu und viele Fragen tauchen auf. Welche Behandlung werde ich bekommen? Wie sehr wird sich mein Leben ändern? Die vorliegende Information soll Ihnen dabei helfen, notwendige Untersuchungsschritte besser zu verstehen und Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten geben. Welche Arten von Hautkrebs gibt es? Hautkrebs kann sich aus unterschiedlichen Zellarten der Haut entwickeln. Je nachdem, von welchen Zellen die Veränderung ausgeht, unterscheidet man im Wesentlichen zwischen drei häufigen Formen von Hautkrebs, dem Basalzellkarzinom, Basalium, dem Plattenepithelkarzinom und dem Melanom. Daneben gibt es noch eine Reihe von sehr seltenen Hautkrebsarten, auf die hier nicht eingegangen werden kann und über die Sie die notwendigen Informationen von Ihrem Facharzt erhalten. Mögliche Frühzeichen für ein Basalzellkarzinom, Basalium, sind hautfarbene bis leicht bräunliche, langsam wachsende Knötchen an der Haut, die eventuell glänzen oder ein wachsartiges Aussehen haben. Oft verschmelzen die einzelnen Knötchen mit der Zeit zu einem größeren Knoten, der auch aufbrechen und bluten kann. Dadurch kann sich ein verkrustetes Geschwür bilden, das im Gegensatz zu einer normalen Wunde nicht von selbst abheilt. Das Plattenepithelkarzinom äußert sich ebenfalls in langsam wachsenden, hautfarbenen oder graubraunen, knotigen Veränderungen, die auch festhaftende Schuppen bilden können. Zu Beginn sind die Knötchen meist flach und fühlen sich rau an, mit der Zeit können sie dicker werden und haben dann oft Ähnlichkeit mit Warzen. Basalzellkarzinom und Plattenepithelkarzinom werden aufgrund ihrer hautfarbenen bis hellbraunen Erscheinung oft auch heller oder weißer Hautkrebs genannt. Das Melanom hingegen wird als schwarze Hautkrebs bezeichnet, da es von den pigmentbildenden Zellen der Haut, Melanozyten, ausgeht und meist als dunkle Veränderung sichtbar ist. Ein mögliches Warnzeichen ist ein Muttermal, das an Größe zugenommen hat, seine Form oder seine Farbe verändert hat, anders aussieht als alle anderen Muttermaler oder neu aufgetreten ist. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020